von den hübschen die zwei lämmer am schlostisch okay starten mit dem hier wünscht mir glück meine lieben freunde ich kann es nicht er kann nicht aufhören bevor dieses ich will dieses draguran haben leute ich schwöre ich will nichts anderes ich brauche kein so ein super klurak ich brauche keinen die taubsis wären echt schön die taubsi tauboga da wie das tauboga ix und das ist taub sich schon gezogen das wäre schon schön ein schönes g war ja leute ein bisschen zu hell oder ja ein schönes g war ja ein charme auf ein kopf in zappradien in silberio text so immer geil immer geil liebe ich stück und wasser immer delfinator haben wir schon ein paar mal aber der soll ja kurz spiel und noch mal ein taub sie glaubt jetzt habe ich das doppelt ernsthaft ei jetzt haben wir das doppelt gepult ich glaube es ja nicht ich habe zweimal dieses taub sie dort aus wie man dieses taub sie gepult schon warum ich hab's geschrieben dass ich das nicht gerne hätte aber ja alter spalter leute ich glaube es nicht ja glück ist schon da das ist schon cool ein zick zacks ein wolters haben wir schon und auch eine energie hart aber herzlich leute egal weiter geht die wilde wilde hilde die wilde hilde ich habe schon gesehen ein schönes schönes togepi leute ist doch so herzerwärmend togepi ist so süß ein mobay ein alvino ein schallquab ein zapplarang ein bronze flamke nase knetter oder wir wollen mit in ausspricht und und ein lumiflora die ex ich glaub's ja nicht leute das ist geil haben die zwei haben wir gleich mal in so eine schöne folie sein leute ich hoffe ihr habt nur genug von den durchsichtigen aber die zwei hits schön hände davor gewaschen versteht sich leute das ist schön ein schönes taub sie das freut mich schon und das haben wir auch noch nicht nämlich das lumi flora hat freut mich doch sehr war das ein fancy glitterberg kann man das erkennen ja das freut mich zwei gute hits schon mal apex zwei geile hits das ist in ordnung leute das in ordnung jetzt baby komm schon ein bisschen glück hierfür der homie das tragen das sind die letzten woher ich kaufen wollte ich wollte keine obsidian flammen mehr kaufen leute ein flammende für ein bismar bis ein pottero patrick was ist das leute und gerade ist das geil hallöchen miller 124 hey oh mein gott ist das fett leute das ist richtig 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 geil was geht man was geht ich glaube es nicht ich habe das goldene schöne glura gleich ganz vorsichtig in die hülle rein du darfst nicht kaputt gehen gar nichts darf dir passieren mein schatz war ist es nicht ein beauty ich glaube es ja nicht aber ihr werdet nicht glauben ich hätte mehr lust aufs draguran gehabt aber ist okay und was ist das das kenne ich gar nicht das ist aber fancy auch so ein voll glitzer art also vier booster packs leute und vier genius hits das ist sehr sehr wertvoll meine liebe mila ja das ist kein problem von dem set kennen wir langsam gut aus das ist sehr wertvoll das glaubst du zweit oder dritt wertvollste überhaupt in dem ganzen set sehr geil jetzt ist wieder irgendwie zu dunkel naja das weiß sie gar nicht genau aber das hübsch und das wenn ich das auf kamera kriege ich mach mal wieder ein bisschen es ist wieder dunkler irgendwie das hier hat wunderschöne schimmer und siehst du es ich zitter ein bisschen haha und daher danke mila für den follow sehr sehr lieb von dir voll gern mit den kleinen sternchen überall das ist sehr hübsch und das hat mich auch gefreut das habe ich jetzt aber doppelt aber ein hübsches taubsee mit special full art oh mein gott leute wir haben dieses klurak gezogen weiß nicht wie viel das wert ist ich glaube das ist 60 euro wert oder so das ist heftig da hat sich wieder alles gelohnt so ich kann die kamera wieder runter muss jetzt wieder gehen hey mila vielen lieben dank fürs vorbeischauen danke fürs hallo ich wünsche dir einen schönen samstag lass dir gut gehen ich hoffe dir das wetter nicht so wirst also auf dich auf tschüss ich mach's gut so letzter booster pack von hier und dann kommt das gute alte set hier wow ich bin ein bisschen shaky leute oh mein gott leute das leben ich habe dachte scheiße man ich habe jetzt die letzte zeit habe ich 100 euro an booster packs ausgeben und rauskommen ist ein traubsee und jetzt heute war das ist geil leute was gut mir trotzdem danke fürs vorbeischauen ein bar blue ein numi spross ein das ist wieder zu helga so eine kacke ein blimp ein verkuli ein gradax und panzer ehrern ein schlick 3 ein verkuli ein hübsches art das freut mich das finde ich schön das nehme mit und noch ein verkuli was ist los hier und deine momentan und deine momentan bin ich aber schön die mächtigen in der hülle drin haben leute ich habe wieder sein richtig geil mann ich glaube es ja nicht war war das ist schön leute das ist wirklich wirklich schön eiland die nachher sortieren alles gut haben wir nachher schön rein das sind jetzt nicht zu den wertvollen alle schillernden die hüllen rein ich weiß nicht was sie dafür ein tick habe aus dem moment dass das kann langsam mal bei obsidian flammen und arschlecken leute 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 von heute von morgen von